Mein Name ist Susanna Streicher-Geiger. Ich bin seit 2006 im Bereich abstrakte Malerei tätig, freischaffend. Ich male experimentell, intuitiv. Also ich plane nichts. Ich begebe mich auf eine Reise spontan und bin gespannt, was nachher entsteht. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ich intuitiv male, dann ist das einfach so ein kleiner Anstoß oder der kann das gar nicht so beschreiben. Am meisten Spaß macht mir bei meiner Arbeit das Schwelgen in Farben, Formen, mit unbekanntem Ziel. Also ich weiß nicht, was rauskommt und bin nachher manchmal selber erstaunt, was ich dann in so einem Bild erkenne. Also das Ergebnis. Und es ist auch interessant, wenn die Leute die Bilder betrachten und jeder sieht was anderes drin. Und das freut mich eigentlich. Und darum, ich vergebe auch bis jetzt keine Titel, weil dann schränke ich niemanden ein. Dann kann jeder selber auf seine Entdeckungsreise gehen. Wenn dann jemand kommt und sich angesprochen fühlt von dem Bild, und so verkaufe ich ja auch meine Bilder, freue ich mich immer sehr, wenn das bei den Leuten, wenn die das spüren und wenn das ihre Seele berührt. Und wenn sie mir nach Jahren noch sagen, dass sie immer noch Freude an dem Bild haben, dann bin ich drin bestärkt, quasi das weiterzumachen. Und das freut mich dann sehr. Also dann habe ich das Gefühl, ich habe das erreicht, was ich eigentlich möchte. Und das hat mich schon passiert. Hier ist es mir, es ist mir, es wird mir, es ist mir, es wird mir, es ist es mir gehört. Und das ist mir wichtig, es ist mir, es ist mir, es mir so, mir ist mir. ist mir, zu mir, es mir, es mir zu mir. Untertitelung des ZDF, 2020